Servus, wir sind jetzt hier gerade auf dem Fellhorn und blicken da drüben auf die Steinplatte und haben dann hier die wunderschönen Berge vor uns. Ist gerade ein Film. Steht dann auf YouTube. Da drüben Reit im Winkel und die Berge zu Reit im Winkel und da hinten hinter den Herrschaften ist das wilde Kaiser und zahme Kaisermassiv. Ein wunderschöner Blick hier, da hinten drüben ist das Chiemgau. In der Ferne ist der Chiemsee zu sehen. Wunderschönes Panorama hier oben. Herrlich. Und da ist wieder die Steinplatte. Herrlicher Blick. Herrlich. Herrlich.